So, hier ist der Thomas aus Gabsen. Heute will ich euch mal zeigen, wie man richtig Kleinholz machen kann. Mit einem Weimar Hacker WL600. Wir haben einmal einen Riesenmotor, einen Riesenantrieb für richtig kräftiges Arbeiten. Robuste Technik, dass ihr viele Jahre damit euer Kleinholz machen könnt. Und jetzt zeigen wir euch noch die Messereihe von dem Gerät. Wo findet ihr das Gerät? Auf www.gropp.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.